Schnell, schneller! Hallo, Laufwahl bitte! Und an... ...Meg! Servus Leiteln! Servus! Wir sind gerade auf dem Weg zur Welt bei der größten Sportmesse auf die ISPO und wir nehmen euch da einfach mal ein bisschen mit. Viel Spaß! Wie schnell lernt man euch von Elias? Wie schon, alles? Okay! Scheiße! Danke! Danke! Wuhu! Welcome to ISPO! Jetzt sind wir auf der ISPO! Schauen wir mal! So, wir brauchen jetzt noch einen Messeplan. Genau! Zum schauen wo die richtig coolen Sachen sind. Probieren wir von euch aus. Aber jetzt brauchen wir sie schon klar. Ja! Oh! Oh! Super! Ja! So, wir haben jetzt noch mal geschaut, was wir so auf der ISPO alles machen können in Prospekte. Wir werden auf jeden Fall mal unseren Sponsor Puck besuchen. Mal schauen, was die so auf dem Stand haben. Und wir haben da noch so einen Stand gefunden, die machen so elektronische Geräte. und so ein elektronisches Skateboard und sowas. Und das werden wir auf jeden Fall geil zum ausprobieren. Stand gefunden von Helox. Der, glaube ich, die Ports da irgendwie hat. So! Die schauen ziemlich futuremäßig aus. Boah, schicke! Haha! Look at these! Die schauen echt cool aus. Die müssen wir auf jeden Fall mal da rein gehen. Man, ich da irgendjemand. Ah ja, da schau, kommt hier schon einer. Das ist cool. Das ist 4km und mit der Single-Charge in LASPOR 55. Okay. Okay. Okay, cool. Und wie funktioniert das? Mit der Remote-Control. Okay. Okay. Du kontrollierst den Motor inside, das ist ein Rettkeck-Motor. Okay. Okay, das ist cool. Okay. So, maybe we can have a drive. Can we have a go in there? You wanna try? Yeah, sure. It will be cool. Thank you. Okay, sure. Can we have this one? Or which? Yeah. Okay, awesome. Wir können mal austelemassen das Rennen. Dann probieren wir mal den Rennen aus. Ich glaub, wir sollen mal ein Rennen machen, diese Teile. Dann drehen wir den Teile mit raus und Pürzen von von raus. Keiner Ahnung. Mir egal. Wir können auch mal richtig schwer sein. Rein, rein, rein. Auaah. Die Letzten werden die Ersten sein, weißt du, jetzt ist es schon wieder unfair. Nein, der Gewinner bin ich. Soll ich dann gewonnen, weil Elias mein, weil sein Skateboarden langsamer gehen würde, aber das gab es überhaupt nicht. Aber jetzt hat es Spaß, oder auf jeden Fall ist geil. Wir würden jetzt die Dinger wieder zurückgeben. Jetzt bringen wir die Dinger wieder um uns zurück und dann schauen wir einfach weiter, und dann schauen wir es mal an. Der ist nicht am Skateboard, der ist nicht am Park. Schau dir mal, Elisa. Ist es dick? Können wir das probieren? Ja, bevor du es probierst. Was ist das? Das ist das dickeste Ding. Willst du es sehen? Also so sollen wir es jetzt auch nicht sehen. Ich glaube, links unten schaut ihr meinen, oder so? Ich glaube, links unten schaut ihr meinen, oder so? Ja. Ja. Es geht sehr schnell. Ja, ja, ja. Ja. Hoi. Fabio wird von einer Frau überholt. Fabio, was ist los? Fabio wird hier schon bei deinem bisschen pestsiger. Been geht geht любителей. Vielen Idee! Wir nehmen uns jetzt beide so ein Teil, und machen draußen eine Challenge. Okay, also Challenge accepted. Man, wir können ein zweites Board haben. Okay, hey Boit. Vielleicht ist es eine Flasche. 3, 2, 1. Man, wir werden die erste. Ich habe ihn mit dem anderen Kisto. Das ist eine Flasche. Der Fabian muss wieder mal alle sehen. Wir müssen die Teile jetzt ein bisschen ausgeliehen und jetzt zwingen wir mal ein bisschen da oben in der Messe. Wir suchen einen Sponsor. Für Sponsors. Es ist eine Möglichkeit, diese Hände zu sponsoren. Perfekt. Vielen Dank. Schau dir das an. Schau dir das an. Da ist ja Puck. Wir müssen uns das Ganze mal anschauen. Die Brillen sind sick. Da müssen wir Puck mal fragen, ob man sich Serious-Bilden machen kann. Der wird da zum Downhill überstehen. Ja. Ich kann ja eher ein Foto mit dir machen. Kurz. Jetzt kommt's geil. Jetzt kommt's geil. Ja. Weißt du mal, schlägst er wie? Ich hab jetzt gedacht noch schnell. Fahrtzieht ist teilweise zu lang. Oh, I like it. Es ist ein bisschen zu lang für mich. Zu lang? Ja. Es ist zu lang. Ich bin einer der fastest Leute da. Professional Rattach? Ja. Elias, wie viele Kilos anders? Alle. So, der Lack ist schwer. Wir kommen vor und im Stand ist alles ein bisschen zu leicht für uns. Woah. I like it. Okay, Ladies and Gentlemen. Willkommen zu den ersten 6 Series Olympic Games. Oh Gott. Okay. Unentschieden. Ja. Das ist sicher, dass du tot bist. Ich darf nie egal. Ich darf nie egal. Ja. Und der Ding. Okay, bin bereit. Hey, Nao, gestatt ist auch noch. Oh, sorry. Das war ein normaler Fuchsfight. Und sowas kann nur aus dem Vorsitz kommen. Alles oder nix. Alles oder nix. Alles oder nix. Alles oder nix. Nix. Ja. 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 Und das hat uns hat's auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Und vergeht's nicht auf Instagram, SICK-Series zu folgen. Ich stelle da eigentlich immer ziemlich coole Storys da rein, also schaut es hier jeden Fall mal vorbei und das war's soweit, bis zum nächsten Mal.